Was ist der Patient, der hier behandelt wird? Alle ganz gut Deutsch sprechen. Man bemüht sich und man hat immer das Gefühl, man ist nicht nur eine Nummer, sondern man ist der Patient, der hier behandelt wird und rundum ein gutes Gefühl, würde ich sagen. Also ich habe mich hier nirgendwo schlecht gefühlt und hervorragend. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen.